Moin moin und hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. In dem Video werde ich euch jetzt zeigen, den neuen Greyor, den Attentäter, der neue Gesuchte von Petra. Das ist ein großer Beutezug. Das heißt, das ist jetzt ein Gefallener, der eventbezogen auftaucht. Wir müssen jetzt halt hier warten, bis die Wolfsplünderer hier ankommen. Und dann können wir den Greyor, den Garaus machen. Sobald er auftaucht, sobald ich ihn euch gezeigt habe, beende ich an dem Sinne auch das Video, weil es geht ja eher darum, den Kartoffelkopf zu finden. So, außerdem möchte ich euch da nicht in Hektik versetzen, weil ich werde dann wahrscheinlich versuchen, die Kiste zu farmen. Bei der Map gehe ich davon aus, dass man die Kiste maximal zweimal holen kann. Ich habe natürlich gar keine Ahnung, wo die Kiste spawnen kann. Bei so einer riesen Map ist das natürlich auch totaler Mist. Jo, da, es fängt an. Gute Arbeit. Da hinten spawnen die schon. Das heißt, dauert nicht mehr allzu lange, bis er hier auftaucht. Ja, natürlich muss auch noch ein Event hinterher geschoben werden. Ja, natürlich muss auch noch ein Event hinterher geschoben werden. was ich bin da. Na, nein. Na, nein. orchmasken. Und dann wo die Kiste dann was treffen protective. Ah, da ist schon das Spiel. An der Stelle bedanke ich mich für's Zuschauen. Würde mich freuen, falls ihr das Video informativ fandet. Einfach mal gerne ein Like da lassen. Und an der Stelle verabschiede ich mich.